hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play assassin's creed 2 wir haben in der letzten folge das fest gehabt und ich habe dieses komische blit gespielt also die dings hier neue eintrag in diesem ding ist da in diesem video was wir vervollständigen wollen gefunden zum ende letzte folge brauchen ein bisschen länger und wir beginnen aber mal mit einer synchronisation alles klar so wo ist jetzt wo kann ich reinspringen da kann ich reinspringen guten flug normalerweise werde ich jetzt gestorben hat er wieder der negro flogen ist eigentlich oder zu weit er gesagt und sagt war er trotzdem nur die sperrgebiete aber vollstes hier bin ich alles klar einfach am besten ganz rum und dann bin ich auch schon da ich war was heute zu machen habe ich in letzter folge auch ein bisschen meine rüstung verbessert war auch das kleine kurz fest habe ich ein neues hier ist ein komisches kurzes breitspferd wenn man das so sieht die rüstung ist verbessert und ich habe die farben haben wir schon geändert jetzt sieht das komischerweise schwarz aus wo eigentlich ist das war ein rot wo so schwarz sieht auch cool ausser da müsste ich eigentlich den anderen umfang dazu nehmen wo der mehr grau ist egal ich nehme jetzt erst mal fach ich will die kiste haben hat keiner gesehen und so bitte hilfe was was mit ihr ihr seid einer von bartholomeos männern was ist passiert wo ist der sylvius männern griffen an brachten ihn tiefer in den bezirk nördlich von hier dieses quater patsche requiescat in patsche diese grafiker ein traum bartholomeo die alveano aus seinem gefehl ein traum alter außen stand 50 meter gesprungen ein traum das beste typ und wir laufen rüber ja sowohl muss ich eigentlich ganz ja genau ab im sperrgebiet oder ich hasse das spiel und dann ist sowas bräuchte so kommen wir wieder hundert prozent an kein box klar eine feder eingesammelt ich mache jetzt mit dem rücken gefesselt ihr fragt mich wie das wirklich sein soll ich kann mich da drüber verstecken den entsprechenden gesetzestexten hinzugefügt wir haben keine mut das volk fragt sich warum wenn ich starb verblasst doch attenzione werde dem an die mit gewünschen an sich zu befreien ein neuer zahl mit erhoben um bekostende in stand durch meine arz es gibt einige ausgaben das bringt mich jetzt seine ehre und seine würde schon für ein paar münzen ist ihr denn nicht an die einem verhältnis und freigling dient das für uns die verteidigung der ausländischen interessen der republik knapp geworden sind ja 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 bock auf die prügeleien ich weiß nicht wer an silvius zäden zieht ich habe dieses wieses von einem herrn schon bekämpft als weiß die meisten von euch noch gar nicht geboren waren lasst mich aus lasst mich aus ich spüre es wenn ich hier rauskomme wird das meine mission sein jeden einzelnen von euch nach außen das war ja einfach ich weiß nicht ob ich euch küssen oder ohrfeigen soll vielleicht beides zur sicherheit ihr habt völlig recht wer seid ihr ich bin Ezio Auditore da Firenze ich bin hier um euch zu retten mal sehen wer am ende wen rettet was meint ihr denn da unten haltet sie findet mir ein Gesicht für meines Haus ich bin da hinten angreift das ist in Ordnung ich bin da hinten angreift das ist in Ordnung ja man lasst ihn liegen hier wir sollen los korrekt da sind noch Köpfe zum einschlagen vielleicht sollten wir versuchen Konflikte zu vermeiden warum habt ihr Angst nein es ist nur dass sie uns 100 zu 1 überlegen sind euch etwas freund wie ihr wollt bella mia ganz froh ihr werdet bald zu kreuse griechen denn schlägt er um armherzig zu wird bald nach verwesung griechen kann ich die noch zu sehr sich anhören Achtet auf den großen er wird Dante genannt die meisten von Silvius Männern können nichts aber er bedeutet erker denn habe ich mal besiegt ich hoffe das ohne Problem nochmal das kann ich auch wenn es ist mir egal süße freiheit wie ich dich vermisst habe Silvio hat seine leute geschickt um euer haus zu plündern bereitet euch für den kampf schon passiert Bartolomeo ist immer bereit für den kampf ok die sind geschockt das war einfach kui kui tun wir es wenn ihr euer leben liebt gebt ihr auf niemals was ist das leben wert wenn man nicht frei ist ich gehe nicht in den käfig zurück dann werdet ihr hier sterben tötet sie kauf uns noch schon Parallel als was haben die hier nur angerichtet bianca hoffentlich geht es dir gut wird erstmal weiter bianca bianca ist alles in ordnung was denkt ihr denn schaut euch nur und die arme bianca wenn ihr etwas geschehen ist meine liebste gott sei dank geht es dir gut das ist bianca bianca entzückt also ich weiß eure namen aber nicht warum ihr hier seid es sind geschäfte mit silvio barbarico könnt ihr mir helfen es wäre mir eine ehre aber es wird mehr brauchen als nur uns zwei drei um seine streitmacht zu schwächen was meint ihr was zu tun ist ich gehe und bereite meine leute vor in der zwischenzeit befreit ihr die die bei silvios angriff gefangen wurden mein gewissen sagt mir dass ich sie nicht zurücklassen darf verstanden ich werde mich darum kümmern viel glück da draußen jetzt jungen wer denkt er sagt niemand zurück die sollte befreund die im ganzen bezirk castello gefangen gehalten würden an die castello heißt das eine castello kastele 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 befreundes grünen moment mal hat er gesagt ich habe frischen schafs urin wo das ein aussichtspunkt den nehme ich mal mit damit ich hier ein bisschen mehr übersicht habe das sich bewegt jetzt hier du darfst so vielleicht suche ich doch noch was dunkel und was schwarzen das weinrotz sieht das sieht voll scheiße aus okay was sollen wir mit ihnen so vielen dank für die hilfe freund wir würden mit euch kämpfen wenn ihr uns wollt ja natürlich wir nach die aus der gegend der südlichen dalmatinischen küste kommen sollten sofort von einem heiler untersucht werden da es berichte über einen ausdruck der fest dort gibt bitte besucht sofort einen dortore um das ganze volk zu schützen die gleich lang die Stoppt ihn! Meine Fresse! Ich hoffe, ihr seid noch in Ordnung. Das ist geschafft! Euer Meister liegt in Ketten. Eure Kompanie ist versprengt. Im Morgengrauen werdet ihr alle hellen. Die Batsche und Kurokosik rieren! Die Batsche und Kurokosik rieren! Genix! Die Batsche und Kurokosik! Die Batsche und Kurokosik rieren! Vielleicht lasse ich es tun! Vielleicht! Das ist geschafft, Bastard! Das ist von mir! Bleib dran! Ich habe eine mit dieser Seele. Okay. Meine Seele genommen. Wir sind bei euch, Freunde. Geht einfach voran. Folgt mir nach. Was ist immer mehr? Mein Traum. So. Den eifrigsten Jägern unter euch bieten wir bei Abgabe von 100 Kalabern. Das scheint unser Mann sein. Sieh hin. Lord Jules! Da! Da! Und jetzt verdrern sie wir weitergerissen. Das ist schon los. Das ist schon los. Und dann! Und dann! 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 ich könnte dein vater sein los geht's die pflicht kommt vor allem wir gehen mit euch gemeinsam werden wir die barbarie vernichten das war das war alles klar das sagst du was er wie im ghetto ich kann auch gar nicht mehr klar auf diese auf diese welt als menschen denn das ich habe mit viel glück neue lieferanten gefunden rüstung ist gar nichts mehr was man bloß gibt da kommt ja ist in ordnung alter wenn wir einen grund ich nicht schade in die zelle zu werfen du bist gar nicht so dumm wie du aussiehst für die kohle seite haben wenn ich mal hierin oha oh goll Oh, noch mehr. Das wird leider kommen. Oh, einer. Weiter. Jetzt auf ihn. Auf ihn. Er kommt. Ja. Jetzt auf den Fehler. Ja, wenn beide gleich angreifen ist auch schwer. Jetzt auf den Fehler. Jetzt auf ihn. 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 Oh, endlich mal einer weniger. Oh Gott, nein. Jetzt auf ihn. Jetzt auf ihn. Jetzt auf ihn. Ach, scheiße. Jetzt auf ihn. Ach, der seine eine Leute, der seine einen Mann geschlagen hat. Aber trotzdem. Jetzt auf ihn. Nein. Nein. Fuck you, Alter. Das alles nur wie ein Scheiß-Code ist. Oh, da sind zwei Sachen drin. Plündern. Aber es ist kein... Toll, da hat hier eine coole Seite drin. Na, wir nehmen noch Zeit. Dies ist beendet in dieser Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dann. Showbio. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020